Sehr, sehr viele alternative Medien stark geworden sind, große Reichweiten mittlerweile erzielen, weil ich glaube, auch in der Bevölkerung ist der Bedarf und der Wunsch nach einer anderen Presselandschaft, die eben nicht einseitig ist, die nicht ideologisch ist, die nicht links-grün geprägt ist, sehr groß. Und insofern, wir wissen das auch selber als Partei, wir schätzen diese Alternativmedien, die eben neutral sind, sage ich mal. Ich würde gar nicht mal sagen, dass die unbedingt rechts- oder konservativ sind, neutral, dass die eine ganz große Bedeutung für uns haben, aber auch für unsere Demokratie, weil die stellen erstmal Meinungsvielfalt her und die Beweisanträge 470 an der Zahl sind einfach vom Gericht beiseite gewischt worden. Das Gericht hat mehr oder weniger entschieden, wir sehen das genauso wie der Verfassungsschutz und damit ist die Beobachtung möglich. Was wir hier erleben, ist natürlich, dass die staatlichen Institutionen der Verfassungsschutz instrumentalisiert werden, um die Opposition zu bekämpfen. Wir sind in einer erfolgreichen Opposition. Der Verfassungsschutz wird missbraucht, um die Opposition zu bekämpfen. Eine öffentliche Debatte über die Inhalte, die man uns vorwirft, ist gar nicht gewünscht. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass man diese Debatte nie im Leben durchhalten kann. Herr Obern, Sie haben gestern auch vom Skandalurteil erfahren des Oberverwaltungsgerichts Münster, dass die AfD jetzt quasi als Beobachtungsfall für den Rechtsextremismus offiziell eingestuft werden kann. Das ist ja ein Freifahrtschein für den Verfassungsschutz. Wie beurteilen Sie das? Was mich an dem Verfahren und an dem schnellen Urteil am meisten schockiert hat, ist, dass unsere Beweisanträge überhaupt nicht behandelt worden sind. Uns werden ja viele Vorwürfe gemacht, die zum Teil nicht mal belegt sind, weil der Verfassungsschutz seine Grundlagen nicht offenlegt. Und die Beweisanträge 470 an der Zahl sind einfach vom Gericht beiseite gewischt worden. Das Gericht hat mehr oder weniger entschieden, wir sehen das genauso wie der Verfassungsschutz und damit ist die Beobachtung möglich. Was wir hier erleben, ist natürlich, dass die staatlichen Institutionen der Verfassungsschutz instrumentalisiert werden, um die Opposition zu bekämpfen. Wir sind eine erfolgreiche Opposition. Eine Opposition gehört übrigens zur Demokratie dazu. Also es ist sehr wichtig, dass es eine Opposition gibt, die auf Fehler der Regierung hinweist. Und dass jetzt Richter bereit sind, diesen Weg mitzugehen und ohne inhaltliche Auseinandersetzung die Opposition zu stigmatisieren, das ist tatsächlich skandalös. Und es ist auch gefährlich für unsere Demokratie, wenn Richter mehr und mehr bereit sind, ohne in der Tiefenprüfung so eine Diffamierung mitzugehen. Jetzt sind wir in Sachsen ja schon einen Schritt weiter. Hier gilt der Landesverband ja als gesichert rechtsextrem. Und die AfD Sachsen hat dagegen geklagt. Können Sie uns informieren, wie der aktuelle Stand dieser Klage ist? Also im Moment klagen wir vor allen Dingen auf die Veröffentlichung des Gutachtens, was die Grundlage für diese Einstufung ist. Also das Absurde ist ja, dass der sächsische Verfassungsschutz sagt, wir wären erwiesen rechtsextrem und er hat dazu ein Gutachten mit mehr als 100 Seiten Inhalt. Und dieses Gutachten ist streng geheim. Und da sagen wir, das kann nicht sein. Der Bürger soll das bitte lesen können, was da steht, um sich selber ein Urteil zu bilden. Aber genau das ist nicht erwünscht. Und das macht eben auch hier überdeutlich, der Verfassungsschutz wird missbraucht, um die Opposition zu bekämpfen. Eine öffentliche Debatte über die Inhalte, die man uns verwirft, ist gar nicht gewünscht. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass man diese Debatte nie im Leben durchhalten kann. Und beachtlich ist ja auch, genauso wie im Bund Herr Maaßen als neutraler Beamter ausgetauscht wurde, ist bei uns in Sachsen Herr Mayer-Plath, der ehemalige Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, ausgetauscht worden gegen einen Apparatschick, der eben am Ende als weisungsgebundener Beamter des Innenministers durchexerziert, was der CDU-Unterminister sich wünscht. Und der wünscht sich die Bekämpfung der Opposition eben nicht mit der politischen Debatte, sondern mit den Mitteln des Verfassungsschutzes. Sie hatten es ja bereits erwähnt, dass die Beweisanträge gar nicht richtig behandelt wurden in Münster und dass auf die eigentliche Beweislage gar nicht eingegangen wurde. Wie realistisch ist es denn überhaupt noch, dass man auf dem Rechtsweg durchsetzen kann, dass diese Beobachtung bzw. Einstufung zurückgenommen wird? Also wir werden ja gegen dieses Urteil jetzt in Revision gehen beim Bundesverwaltungsgericht. Ich habe den Glauben an den Rechtsstaat noch nicht verloren. Also am Ende sind es immer einzelne Richter, die auch Urteile fällen. Und ich hoffe, dass das Bundesverwaltungsgericht dort einfach sagt, nein, so darf eine so wichtige Angelegenheit nicht behandelt werden. Es geht ja immerhin darum, ob die Opposition den Stempel rechtsextrem hat oder nicht. Da muss man in der Tiefe prüfen und das zurückverweist ans Oberverwaltungsgericht, damit unsere Beweisanträge am Ende behandelt werden müssen. Weil am Ende, das ist genau der Punkt, in dem Moment, wo wir über die einzelnen Vorwürfe diskutieren können und über die Substanz dieser Vorwürfe, dann bleibt nicht viel übrig. Und das muss auch ein Rechtsstaat durchsetzen, dass wir als Beschuldigte quasi die Möglichkeit haben, uns zu wehren und die Vorwürfe natürlich auch zu entkräften, wenn wir es können. Jetzt stürzen sich die Mainstream-Politiker auf die AfD, auf die wichtigste Oppositionspartei, gerade hier in neuen Bundesländern. Und die grüne Justizministerin Katja Mayer, die schon sehr umstritten ist, hat ja jetzt geäußert, es soll eine Taskforce eingerichtet werden, damit eben erforscht oder ergründet wird, ob man die AfD verbieten soll. Was sagen Sie dazu? Das ist ja eine offene Aufforderung jetzt, gegen die Oppositionspartei gezielt vorzugehen. Richtig. Also das ist vor allen Dingen auch das bewusste Ausweichen gegenüber dem politischen Wettbewerb. Wir haben verschiedene Programme, wir haben verschiedene Vorstellungen, wie unser Land gestaltet werden muss. Darüber debattiert man öffentlich und gibt dem Bürger die Möglichkeit, sich zu entscheiden, welchen Weg er gehen will und welche Partei er wählt. Die Grünen sind zurzeit eine Partei mit extrem geringer Zustimmung, die geht immer weiter runter. Die Grünen müssen befürchten, dass sie im nächsten Sächsischen Landtag nicht vertreten sind, weil die Mehrheit der Bürger eben dieses grüne Programm nicht möchte. Und wenn jetzt eine Justizministerin die starke Opposition, wir haben in Sachsen über 30 Prozent, verbieten will, dann will sie einfach nicht den politischen demokratischen Wettbewerb, sondern sie will sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, den sie in der normalen Debatte mit dem Bürger und mit dem Volk nicht hätte. Und an der Stelle müssen wir ganz sagen, auch hier wird wieder deutlich, was diese gesamte Geschichte mit dem VS für einen Hintergrund hat. Es geht darum, eine starke Opposition auszuschalten mit undemokratischen Mitteln. Und wir werden uns auch in Sachsen dagegen wehren. Wir wollen die öffentliche Debatte über die Vorwürfe und wir wollen, dass der Bürger selber beurteilen kann, ob wir rechtsextrem sind oder nicht. Wir sind es selbstverständlich nicht. Aber das ist eben das Absurde an dieser Situation. Der Verfassungsschutz kann Dinge behaupten, unterstellen und muss sie nicht belegen. Und das ist dann eben erst mal so gesetzt und die Zeitungen verbreiten es. Und uns ist der Rechtsweg und die Auseinandersetzung verwehrt, weil wir die Inhalte, die Begründung der Vorwürfe überhaupt nicht öffentlich diskutieren können. Die werden geheim gehalten. Und da müssen wir ran. Also das passt auch wirklich nicht zu einer freiheitlichen Demokratie, wenn am Ende die Opposition verboten wird und wenn die Auseinandersetzung nicht in der Öffentlichkeit geführt wird, sondern im Prinzip im Geheimen beim Geheimdienst und die Gerichte das dann bestätigen. Jetzt schätzen ja auch viele Juristen es so ein, dass ein Parteiverbot sehr unrealistisch ist. Aber man stürzt sich auf die Vorfeldorganisation, zum Beispiel auf die junge Alternative. Wie würden Sie sich positionieren, wenn es zu diesem Verbot kommt oder wenn sich die etablierten Politiker darauf stürzen, die Vorfeldorganisation zu verbieten? Als ersten Schritt hin zum Verbot der AfD. Die junge Alternative ist ja die Jugendorganisation unserer Partei. Und wir würden natürlich unsere Jugendorganisation auf alle Fälle auch juristisch begleiten bei der Auseinandersetzung. Es ist ja genau dieselbe Auseinandersetzung, die wir als Partei auch selbst führen. Auch unserer Jugendorganisation werden Dinge vorgeworfen, die nicht öffentlich diskutiert werden, die nicht belegt werden müssen. Die Vorwürfe werden einfach in den Raum gestellt. Die werden zum Teil von Gerichten bestätigt, ohne dass die Öffentlichkeit überhaupt sich anschauen kann, ob die Vorwürfe tragfähig sind oder nicht. Und das werden wir genauso juristisch dagegen vorgehen. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, für uns, ja, man muss sich juristisch wehren gegen unhaltbare Vorwürfe. Aber wir müssen natürlich zeigen, dass wir tatsächlich als Partei eine Alternative sind, dass wir ein gutes Programm haben, dass wir gute Ideen haben für unser Land. Und wenn wir das konsequent tun, wenn wir nah an den Menschen sind und wenn wir unsere Ideen nach draußen tragen, dann wird die Zustimmung auch wachsen. Und ich glaube, es ist schlicht und einfach unmöglich, in einer funktionierenden Demokratie eine Partei, die 20 oder 30 Prozent Wählerumfragen hat, zu verbieten. Jetzt haben wir in unmittelbarer Nähe zwei Wahlen, die wichtig sind für Sachsen, Kommunalwahlen und Europawahlen. Denken Sie, diese Einschätzung des Gerichts, dieses Urteil wirkt sich auch auf die Wahlen aus, auf den Wähler? Oder glauben Sie, die Sachsen sind da unbeeinflusst? Das ist schwer zu sagen. Wir haben aber zumindest erlebt, dass bisherige Schmutzkampagnen gegen uns, ich erinnere an Korrektiv, die Deportationsvorwürfe, die ja auch völlig haltlos waren, bei den Umfragen in Sachsen wenig Wirkung gezeigt haben. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die sächsischen Bürger sich eine eigene Meinung bilden und eben nicht über jedes Stöckchen springen, was die Medien in den Inhalten. Und bei Korrektiv war es ja mehr als berechtet. Das waren ja glatte Lügen, die da in den Raum gestellt worden sind und lange auch transportiert worden sind, auch von den Staatsmedien. Die sächsischen Bürger haben sich davon nicht beeindrucken gelassen und sie haben Recht behalten, weil am Ende sind die Lügen alle aufgeflogen. Und ich denke schon, wir haben relativ wache Bürger hier, die auch politisch wach sind, die mitdenken, die interessiert sind und die verfolgen natürlich, was passiert. Und die sehen natürlich auch, dass der Verfassungsschutz am Ende immer mehr zum Regierungsschutz wird, wo es eigentlich gar nicht darum geht, unser Land vor Terroristen zu schützen, sondern es geht darum, die Regierung vor der Opposition zu schützen. Wie glauben Sie, wird sich die Stimmung dann entwickeln hin zur Landtagswahl? Es ist ja damit zu rechnen, dass die AfD weiterhin thematisiert wird. Glauben Sie, das wird noch schlimmer? Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch weitere Schmutzkampagnen geben wird, auch im Vorfeld der Landtagswahl. Aber mittlerweile ist das eben schon so viel, dass die Bürger das einzuordnen wissen. Und die Wahlentscheidung wird am Ende nicht daran hängen, ob man uns beschimpft oder diffamiert, sondern darin, ob die Regierung gute Arbeit leistet oder nicht. Unser Land steht vor riesengroßen Herausforderungen. Viele Probleme, die wir heute haben, sind politisch gemacht. Die Verantwortlichen sitzen in der CDU, in der SPD, also in den regierenden Parteien. Und ich glaube, die Bürger werden sich am Ende für eine andere Partei entscheiden, wenn sie diesen Parteien es nicht mehr zutrauen, das Land auf einen guten Weg zu bringen. Und so sieht es im Moment aus. Und deswegen bin ich doch optimistisch, dass wir bis zur Landtagswahl als Opposition mit einem klaren, guten Programm für Deutschland noch mehr Wählerstimmen gewinnen können. Was wären denn die ersten drei Maßnahmen, die die AfD in der Landesregierung hier in Sachsen ergreifen würde? Also das erste wäre wahrscheinlich ein Kassensturz. Wir haben eine wachsende Ministerialbürokratie, die immer mehr Geld verschlingt, die unsere Unternehmen und Bürger mit Bürokratie belastet. Dort müssen wir aufräumen. Wir brauchen eine schlanke Verwaltung. Wir müssen gucken, welche Aufgaben soll der Staat überhaupt leisten und welche Aufgaben kann man dem freien Markt überlassen. Das würde eine große Entschlackung bedeuten, tendenziell auch finanziell, aber vor allen Dingen eben auch die Bürokratie zurückfahren. Wir würden sicherlich darauf achten, dass die Schulbildung wieder in mathematisch-wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Schwerpunkt bekommt, damit wir unsere Schüler nach der Schule in eine Berufsausbildung entlassen können, wo sie auch das Fachwissen dafür mitbringen, beziehungsweise zum Studium, also im Bereich Bildung wäre sicherlich auch was, was wir sofort anfassen würden. Und das Wichtigste, was man immer so hört, was man auch gerne sagt, ist natürlich wirklich wichtig. Wir müssen uns mit den Rundfunkstaatsverträgen auseinandersetzen. Dieses Zwangssystem, was am Ende zum sehr einseitigen Rundfunk führt, der ja sehr linkslastig ist und wo Menschen dafür bezahlen müssen, obwohl sie dezidiert sagen, ich möchte das gar nicht sehen, das passt nicht zu einer freiheitlichen Demokratie. Also auch die Rundfunkstaatsverträge, die wollen wir angehen, die wollen wir kündigen, wir wollen einen staatlichen Rundfunk haben, aber ohne Zwangsgebühren. Und alles andere, was da an Unterhaltung ist, an Sport, an Spielfilm, das soll sich bitte am freien Markt bewähren. Das funktioniert in vielen Ländern der Welt sehr gut und das kann auch in Sachsen funktionieren. Da haben Sie schon mal eine abschließende Frage angesprochen. Wir erleben es ja jetzt gerade in diesen Zeiten, dass die Mainstream-Medien sehr unausgewogen berichten und sehr einseitig, auch oft sehr negativ über die AfD und wiederum andere Parteien in die Höhe heben. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht die patriotischen Medien wie der Deutschlandkurier für die Berichterstattung? Und was wäre Ihre Aufgabe? Also es ist beachtenswert, dass tatsächlich auch durchs Internet sehr, sehr viele alternative Medien stark geworden sind, große Reichweiten mittlerweile erzielen, weil ich glaube auch in der Bevölkerung ist der Bedarf und der Wunsch nach einer anderen Presselandschaft, die eben nicht einseitig ist, die nicht ideologisch ist, die nicht links-grün geprägt ist, sehr groß. Und insofern, wir wissen das auch selber als Partei, wir schätzen diese Alternativmedien, die eben neutral sind, sage ich mal. Ich würde gar nicht mal sagen, dass die unbedingt rechts oder konservativ sind, neutral, dass die eine ganz große Bedeutung für uns haben, aber auch für unsere Demokratie, weil die stellen erst mal Meinungsvielfalt her und die Meinungsvielfalt ist die Grundlage für einen Meinungsaustausch und am Ende sind sie wichtig für die Demokratie. Wir unterstützen die Medien im Rahmen unserer Möglichkeiten, sage ich immer, aber ich glaube, wenn wir diesen riesengroßen Koloss aus Zwangsgebühren finanzierten Medien, wenn wir den zurechtstutzen und einen freien Markt möglich machen, dass sich die Medien bewähren müssen mit ihren Inhalten beim Bürger, dann werden sich diese konservativen, neutralen Medien auch viel besser durchsetzen können als heute, wo es diese Übermacht gibt von Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann wird es auch wieder mehr Zeitungen geben, dann wird es mehr Fernsehsender geben, die tatsächlich neutral, von mir aus auch konservativ berichten, weil die Bürger natürlich auch einen Wunsch danach haben. Wir sehen es ja an den Wählern. Wir haben in Sachsen, wenn man CDU und AfD zusammenzählt, zwei Drittel Wähler, die eigentlich eine konservative Politik wollen. Und dann schauen Sie sich mal die Medienlandschaft an, da müsste es ja eigentlich wieder gespiegelt sein. Da müssten zwei Drittel der Medien konservativ sein und der Rest müsste dann eben linksgrün sein. Aber es ist ja eigentlich genau umgekehrt, wenn nicht noch schlimmer. Also wir brauchen einen freien Medienmarkt, damit am Ende auch der Bürger sagen kann, das möchte ich haben, dafür bezahle ich. Und dann haben gerade die konservativen Medien, glaube ich, eine wunderbare Zukunft vor sich. Vielen Dank.